Heute geht es um deine Abiturfächerwahl und deswegen besprechen wir, wie du deine Abifächer richtig wählst, sodass du dein Traumabitur bekommst. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich persönlich war ja in Bayern am G8, deswegen werde ich jetzt einfach mal an dem Beispiel erläutern, aber im Prinzip sind die Prinzipien natürlich auch auf jede andere Schulform, jedes andere Bundesland übertragbar. Aber das Wichtige ist einfach nur, dass man die Fächer eben nach den richtigen Strategien wählt, weil ich kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig das auch für meine 1,0 in den Abiturprüfungen war, weil wenn du die falschen Fächer wählst, das ist so wie wenn du eigentlich im Hockey immer mega gut bist und dann hast du dich aus Versehen zum Volleyball angemeldet, ist halt dumm. Ja, du hättest es voll verdient gehabt, aber halt einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Damit du das eben nicht tust, kommt jetzt für dich dieses Video. Erstens, Notenanalyse. Das ist denke ich das, was jedem als allererstes in den Kopf kommt, wirklich mal zu schauen, welche Noten habe ich denn in welchem Fach. Meistens ist es auch schon so, dass du irgendwie so ein Gefühl hast, okay, das will ich am ehesten machen oder das will ich am ehesten machen, aber ich würde als allererstes mir wirklich mal ernsthaft deine Noten anschauen, weil zum Beispiel bei mir war es immer so, dass ich zum Beispiel Englisch mega spannend fand, aber meine Noten waren schon immer gut, aber es war nicht so krass gut, wie vielleicht in manchen anderen Fächern. Und da ist es schon wichtig, dass du dir wirklich nochmal objektiv anschaust, was habe ich denn wirklich in welchem Fach, weil manchmal haben wir in einem Fach, einfach weil es uns begeistert, weil es uns Spaß macht, ein super gutes Gefühl, aber die Endresultate sind eigentlich gar nicht so gut, wie wir uns manchmal vielleicht selbst ein bisschen einbilden. Deswegen da erstmal wirklich radikal analysieren, vor allem die Fächer rausstreichen, die einfach der absolut schlechtersten sind. Ansonsten würde ich aber die Auswahl erstmal noch ein bisschen breiter halten und höchstens vielleicht deine Favoriten, wo du denkst, okay, in die Richtung könntest du am ehesten gehen, einfach mal fett markieren. Zweitens, die Verlaufstendenz. Das ist nämlich eine Sache, die ganz, ganz viele Menschen bei dieser Auswahl vernachlässigen, und zwar, welche Tendenz haben denn deine Noten? Also jetzt zum Beispiel angenommen, du hast in Wirtschaft zwölf Punkte und du hast in Geschichte zwölf Punkte und du musst dich entscheiden, was von beiden nimmst du ins Abi. Dann ist es natürlich super entscheidend, dass wenn du zum Beispiel am Anfang der 11. Klasse, jetzt im Falle des G8, also in deinem allerersten Oberstufenjahr, wenn du an der ersten Klausur in Wirtschaft, was weiß ich, nur sieben Punkte hattest, ja, wie ich zum Beispiel Deutsch, und du aber in Geschichte da schon mit 13 Punkten angefangen hast und dich vielleicht seitdem gerade so gehalten, vielleicht teils sogar verschlechtert hast, dann ist es meistens sinnvoller, wirklich Wirtschaft zu nehmen. Bei mir, wie gesagt, ich hatte in der 11. Klasse, hatte ich sowohl in beiden Klausuren in Deutsch, hatte ich einmal sieben und einmal sechs Punkte. Sechs und sieben Punkte hatte ich in Deutsch. Und trotzdem habe ich am Ende der Abiturprüfung in Deutsch 15 Punkte geschafft. Und diese Tendenz hat man schon gemerkt, weil ich glaube, ich hatte dann in der 12. 9 und 10 Punkte. Und obwohl ich, ich meine, in Bayern muss man Deutsch machen und Mathe auch, hat man keine Wahl, aber ich hätte es mir vielleicht trotzdem überlegt, Deutsch zu nehmen, weil ich gemerkt habe, ey, ich habe hier eine Verbesserungskurve, ich werde hier immer, immer besser. Und gerade wenn du dich vor dem Abitur nochmal richtig reinkniest, dann kannst du da wirklich das auch fortführen. Und deswegen überlege dir da wirklich, wie verläuft das Ganze bisher? Und dass du darüber auch überlegst, wie könnte das in Zukunft auch noch weitergehen? Drittens, die Stoffabdeckung. Was meine ich damit? Dass du dir wirklich überlegst, okay, vielleicht bist du dem einfach notentechnisch wirklich gut, aber versuch nochmal zu reflektieren, wie gut hast du den gesamten Stoff, der ja dann vor allem in den schriftlichen Abiturprüfungen auch wirklich komplett abgefragt wird, wie gut hast du den wirklich abgedeckt? Also warst du zum Beispiel mal länger krank in einem Fach? Ist der Lehrer länger ausgefallen? Gab es einen Lehrerwechsel? Hat der Lehrer euch das überhaupt beigebracht? Oder hat der manche Dinge komplett ausgelassen? Das heißt, da musst du dir bewusst sein, es kann sein, dass du richtig gute Noten hast in dem Fach, aber dass du alles, was dann im Abitur gefragt wird, gar nicht so wirklich parat hast, oder vielleicht parat hast, aber auch nicht wirklich verstanden hast. Und dann kann es super smart auch mal sein, auch wenn man im ersten Blick denkt, ey, da habe ich doch super gute Noten zu realisieren. Ja, da fehlt so viel. Lieber nehme ich eine Sache, wo ich ein, zwei Notenpunkte schlechter bin. Lerne aber das richtig konsequent und dann fällt mir das Lernen auch wesentlich einfacher, weil ich zumindest den ganzen Stoff bisher richtig gut mitbekommen habe. Viertens, die Lernlust. Die meisten von euch kennen ja bereits meine Story, dass ich nach der 11. und der 12., also quasi nach der gesamten Oberstufe, wo dann nur noch die Abiturprüfungen ausstanden, das war das Einzige, was noch ausstand, alle anderen Noten waren schon gegeben, dass ich da einen Schnitt von 2,1 bis 1,7 hatte, je nachdem, ob man jetzt schon Sachen gestrichen hat oder nicht. 2,1 bis 1,7. Und dann habe ich mich fürs Abitur richtig krass nochmal reingehängt, habe dann meine 1,0 in Abiturprüfungen geschrieben und so meinen Traumschnitt von 1,4 bekommen, was mir dann eben auch das Psychologiestudium an jeglicher Uni im Prinzip ermöglicht hat. Und das ist halt genau das, wovon ich spreche. Du kannst im Abitur nochmal so viel rausholen. Und deswegen sei dir hinterfraglich wirklich, in welchem Fach hast du wirklich Bock, auch da am Ende die letzten Monate deiner ganzen Schullaufbahn, oh yeah, danach ist es vorbei, aber wirklich die letzten Monate deiner Schullaufbahn nochmal richtig reinzuhauen, weil du kannst eben dadurch noch so viel verändern. Fünftens, Absicherung gegen Lehrer. Ich bin überhaupt kein Fan, irgendwie Fächer nach den Lehrern zu wählen, weil das oft, glaube ich, nicht so gut ausläuft, wie man dann denkt, dass es im Endeffekt darauf hinauslaufen wird. Aber es gibt schon manche Fälle, wo man auf der einen Sache sagen muss, das Fach würde ich nicht wählen, weil bei dem Lehrer ist es echt mies. Zum Beispiel bei meiner Wirtschaftslehrerin, wir haben es echt extrem gut verstanden, aber sie hatte sehr hohe Ansprüche. Ich habe auch Wirtschaft gewählt, weil ich wusste, ich bin gut darin und ich hatte auch Bock, da nochmal viel Zeit reinzustecken. Aber dann war es ja wirklich so, ich war wirklich perfekt vorbereitet. Und in den mündlichen Abiturberufen in Bayern darf man ja ein Halbjahr streichen, wovon man nicht abgefragt wird. Das heißt, ich hatte da die eine Sache gestrichen und sie fragt mich trotzdem dazu was ab. Und ich habe gesagt, hey, das ist quasi rechtlich nicht in Ordnung. Das war Wirtschaft und Recht. Und sie stellt mir eine Frage, die einfach ganz klar außen im Halbjahr war, was ich gestrichen hatte. Und sie hat es aber dann trotzdem gestellt und dann hatte ich nur, in Anführungsstrichen, 14 Punkte. Aber das sind halt einfach Dinge, die passieren bei manchen Lehrern einfach garantiert häufiger. Und Langzeitlehrer, da kreuzt du auf, kannst du für eine Abiturberufung fast gar nichts und dann tragen sie dir trotzdem 11 Punkte ein, einfach nur, weil sie dich sympathisch finden. Und da sollte man auf jeden Fall schon gucken, dass man auf jeden Fall jeweils nach den Extremen sich schon ein bisschen richtet, sich auf der einen Seite schützt und es sich auf der anderen Seite vielleicht auch einfach leicht macht. Aber ansonsten, das Allerwichtigste abschließen, treff einfach eine Entscheidung. Christian Bischof hat das so schön gesagt, es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Wir haben die Aufgabe, unsere Entscheidungen richtig zu machen und ich glaube, dass das in den Abiturberufungen extrem wahr ist. Geh diesen Prozess durch, wähl die beste Sache, wo du einfach das Gefühl hast, hey, damit werde ich am besten laufen. Und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, triff die Entscheidung, häng dich rein und dann kannst du auf jeden Fall noch packen. Wenn du dich jetzt noch interessierst, wie habe ich denn meine 1,0 in den Abiturberufungen geschafft, dann kannst du gerne hier rechts oben dir das Video und meine Story dazu reinziehen. Sehr, sehr spannendes Video. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.